Moin, Teile und Rückzug zu No Man's Sky in der Permadeath Edition und ja, wir sitzen hier immer noch auf dem, äh, ja, auf dem Planeten hier. Ich würde sagen, wir gehen mal. Habe ich alles dabei? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ne, habe ich nicht. Ich muss ja mal gucken, dass ich ein bisschen Platz schaffe. Denn hier haben wir gedacht, wir machen mal wieder ein bisschen was anderes. Ähm, das können wir dann später noch bauen. Da müssen wir ja nur wieder die Farm bauen und mal gucken, dass wir das Extenden in der Aufnung, dass es funktioniert. Das weiß ich noch nicht genau. So, das kann ich nochmal probieren, aber das schauen wir dann nochmal. Wir müssen erstmal zu unserem Frachter zurück. So, da ist die Flotte wieder. Und dann, äh, ja, räume ich mal gerade ein bisschen auf und dann geht's los. So, gucken wir mal. Können wir das mal gerade wegsortieren. In den Frachter, sehr gut. Wir haben mal ein bisschen Platz. Das müssen wir nochmal verkaufen. Das geht jetzt mal alles da rein. Das wird gehandelt. Das ist woanders drin. Das bleibt da. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Der Rest bleibt hier. Wie sieht das bei mir aus? Okay, das können wir wegräumen. Noch ein bisschen Platz. Wobei, das können wir auch da hinräumen. So, da habe ich ein bisschen Material. Das können wir noch aufladen. Okay, und jetzt muss ich gerade... Kann ich... Mal gerade aufs Lager zu kommen. So, hier nehmen wir hier ein Notsignal mit. Und benutzen das gleich mal. Wir müssten eigentlich noch die Antenna bauen, ne? Warte, aber kann ich die bauen im Frachter? Ne, wo habe ich das denn? Habe ich das im Lager? Ich muss mal gerade gucken. Ich hatte ein Teil noch, was ich noch bauen wollte. Oder installieren wollte. Wo habe ich das denn? Ich habe das, glaube ich, weggeräumt aus Versehen. Und, ähm... Ich habe das nicht mehr nachgecheckt. Hier sehe ich es gerade nicht. Ein Schlachtschiff-KI-Fragment. Wo haben wir denn? Ich muss hier unbedingt mal sortieren. Es wäre toll, wenn es so einen Button geben würde. So alles im Lager sortieren, dass wir das zusammen stack. Das wäre toll. Aber naja. So, gucken wir mal. Da habe ich noch das alles hingepackt. Die sind noch leer. Finde ich das jetzt nicht? Moment. Finde ich jetzt doof? Ja, wahrscheinlich schon. Äh... Da nicht. Psyonisches Ei. Das bringt mir jetzt im Augenblick nichts. Wo habe ich denn? Ich habe doch eigentlich was bekommen. Von den, ähm... Expeditionen. Aber das, was ich suche, finde ich gerade nicht mehr. Ich glaube, ich muss da nochmal in Ruhe gucken jetzt hier. Sonst dauert das zu lange. Aber so viel habe ich ja eigentlich nicht. Ich habe ja nur vier... Vier Dinger voll. Ich sehe es hier aber nicht. Das haut mich jetzt aus den Socken. Ich könnte schwören, ich habe das gesehen. Dass einer der Fregatten da so mitgebracht hat, aber... Ich sehe es nicht. Grenzkarte... Ne, ich sehe es nicht. Na, nur. Puh, der Versuchungsbeschleuniger ist 30 Milliliter wert hier. 20 Stück. Nice. Ne, ich finde es gerade nicht. Ich sehe es hier nicht. Ähm... Ich muss... Ich muss da nochmal nachgucken. Ich kann die Schwerte, ich habe es gesehen, aber... Ne, ist auch egal. Ich wollte da nochmal was nachschauen. Ich brauche nämlich einen Teil, damit wir die Psyonischen Arme nutzen können. Später. Aber... Ja. Dazu müssen wir dann halt was machen. So, wir benutzen das Ding mal und suchen uns mal wieder einen schönen Frachter. Und seppen wir mal los. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen auf Wanderschaft. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Ich hoffe, wir kriegen das in zwei Psyonen durch. Da ist er schon. Verschollen im Weltall. Da ist es wieder. Beziehungsweise im Weltraum. Wie kann sowas eigentlich verschollen sein? Dann bist du doch der Erstbeste, der da mit so einem... Ich hätte beinahe gesagt, mit so einem Riesenraumspringen kommt. Der müsste sich doch sofort nochmal so das Ding abschleppen. Au! Was? Warum konnte ich jetzt gerade nicht landen? Ich habe doch gerade E gedrückt zum Markieren. Das sieht ja schon ja gut an hier. Ich habe doch auf Landepad gedrückt und dann E. Warum hat er das nicht gemacht? Jetzt hat er es gemacht. Da hat er grün markiert, aber hat er einfach nicht akzeptiert. Der will einfach nicht, dass ich hier lande, warte. Guck mal, das finde ich krass. Hier, guck dir das mal an. Da die Ringe im Schatten liegen. Da ist aber so eine schwarze Linie drauf. Krass. Oh, nicht schlecht. Das sieht schon ziemlich abgefahren aus. Okay, wir gehen mal in den Frachter. Wir machen mal schnell durch den Lauf. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, wir gehen hier nicht drauf, aber es sollte eigentlich klappen. Ich laufe mal direkt durch. Was ist hier schon wieder los? Warum kriege ich hier schon wieder... Also irgendwie funktioniert das auf dem Frachter gerade nicht so toll. Der ist markiert, der ist an. Okay. So, hierher. Vorfall, schwierige Beschädigung. Notverräter anzahlen. Tür entriegeln. Ich nehme mal wieder alles mit, was ich in die Lage habe. Whisky. Bei den Gläsern muss ich da aufpassen. Als ich die damals kaputt gemacht habe, steckte ich hier fest. Okay. Ich bin halt ein bisschen ruhiger. Ich muss mich wieder ein bisschen zu konzentrieren. Wir gucken mal wieder, was der Crew... Oh Gott. Schneller. Wir frieren. Au. Das hat wehgetan. Jetzt ziehe ich mal in Kälte-Dingen schneller aus, Lott. Kälteresitzende 21. Ich habe gar keinen... Okay. Okay. Ich muss mich ein bisschen im Auge behalten hier. Gucken wir mal, ob wir das schnell lesen können. Nur für die Kapitän bestimmt. Crew-Bewertung vor dem Abflug. Name, Handwerker, Geek, Ehan. Spezialisierung im Maschinenbau. Ehrlichkeit 7%. Verzeugungsfähigkeit 2%. Überraumempfindigkeit 70%. Beliebtheit im Unternehmen 24%. Prozessive verbleibende Lebenserwartung 18,8 Jahre. Nachtrag. Persönliche Aufzeigen des Kapitäns. 3159,6. Führte eine Beziehung mit einem Passagier. Muss bei der nächsten Station entfernt werden. Uh. Okay. Wir gehen jetzt mal gerade wieder... ...aufwärmen. Wenn wir hier nicht festfrieren, dann sind wir nachher in Eiszapfen hier. Das wäre nicht so toll. Ich versuche das mal ein bisschen schneller durchzugehen jetzt hier. Okay. Gucken, dass wir da was ein bisschen durchpushen können. Wie weit geht der hier rüber? So, schon ein Stück. War jetzt nicht so weit. Okay. Das, das, das. Das können wir gleich noch machen. Das ist ungünstig. Mach ich denn das jetzt? Okay. Oh, kacke. Ich friere schon wieder. Ich friere. Und ich kann nicht so schnell laufen. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich will jetzt hier alles rumderpen, aber es dauert zu lange. Es dauert zu lange. Weggehen. Und dann beim nächsten lesen wir das. Zugriff auf persönliche Datenaufzeichnung von Partner Gek Woba. Interne Sicherheit. Datumstempel 1924,2. Automatische Audio Transkription. Sie können nicht rein. Dafür habe ich gesorgt. Wir stehen noch, dass alles in Ordnung ist. So kalt, so unverpasst kalt. Endet Aufzeichnung. Ich warte kurz, bis es hier weg ist. Sonst haben wir nämlich gleich detektiert. Das wäre nicht so toll. Okay. Tür auf. Bisschen Heizung in der Nähe da drüben. Teleportationsterminal. Aber ist hier schon wieder nix Heizung. Au. Ja, ich weiß. Das hat wehgetan gerade. Wieso ist da kein Heizmodul in der Nähe? Ich kriege hier ganz schön hart auf die Fresse gerade. Das ist nicht so nice. Zum Glück sind keine Viecher hier. Das funktioniert heute nicht so toll. Wahrscheinlich ist da Heizung da, wo ich nicht bin. Hier ist gar keine Heizung mehr in der Nähe. Oder was? Hier ist keine Heizung mehr in der Nähe. Du willst dich doch veräppeln. Das ist nicht so pralle. Aufzeichnis-Terminal. Gucken wir mal. Zugriff auf Auszeichnungs-Terminal erfolgt. Es geläuft. Schiffs-KI-Protokoll verschlüsselt. Details zur Chartergesellschaft verschlüsselt. Cooleste Zugriff möglich. Cooleste abrücken. Cool-Status beim letzten Schiffsweiten Bio-Scan vor fünf Tagen. Befehls haben der Offizier. Kapitän Erezka. Offiziere vom Dienst. Chefvertretender Oberleutnant Rodabara-Böche. Zweiter Navigator. Navigator Frossen. Cool-Status-Bericht. Crew-Mitglied. Berufsbesatzung 34. Crew-Mitglied. Einberufen 86. Überzähliges Personal. Assistent Pissiv. Äh, Pissi. Bauaufseher. Gehilfe Luke. Unternehmensfunktionär. Arbeiter Gags, die. Überreste teilweise vorhanden. Wie überreste teilweise vorhanden. Piuscanner kritisieren. Scanschiff nach Spuren. Videogisch-Schadene Lebensformen. Das klingt schon wieder nicht so toll. Keine Videogesprungen gefunden. Die Crew mit Aufzeichnung übereinstimmen. Jetzt bekannte Crew-Standorte werden abgerufen. Kapitän Rezka. Gebiets zensiert. Steffi. Neurode-Babre. Kapitänquartier vor drei Tagen. Zweiter Navigator. Krankenbucht 27. Vor einem Tag. Navigator Frossen. Fehler. Mehrere Standorte vor fünf Tagen. Mehrere Standorte vor fünf Tagen. Das klingt schon wieder nicht so toll. Wenn jemand in mehreren Standorten gesichtet wurde, kann da was nicht stimmen. Außer sind Klone. Auszug aus täglichem Bericht des Wachoffiziers Disziplin. Datumstelle 2841,4. Henlegek, Mifatni, Maschinenbau, wurde wegen Diebstahls persönlicher Gegenstände inhaftiert. Siebtes Vergehen. Strafmaß neun Tage. Zusätzliche Bestrafung wurde degradiert. Okay. Da ist gar nichts. Können wir uns sparen. Ich muss wieder zurück zur Heizung. Das gibt's doch nicht. Und hier gibt's keine Heizung in der Nähe. Warum nicht? Bescheuert ist das denn? Also so ungünstig hätte ich das bisher auch noch nicht, muss ich zugeben. Das ist ja eine Herausforderung jetzt hier. Aber wir lassen's doch nicht unterkriegen. Ich bringe noch Stiefel rum. Und das staubt nämlich mal mit. Ich versuche mich immer ein bisschen zu beeilen. Okay. 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 Da ist es schon mal mit. Der Fahrtor stabilisiert sich. Das ist schon der Wahnsinn. Okay, gucken wir mal. Unvollständiges Frachtverzeichnis folgt. Polyfaser 137 Mikrosignal-Signal-Akträtten. Hier gestellt, 10 Mal, Instabilitäts-Injektor 267, Kiste mit Nanitschaum 71, nicht belegt. Das gefällt mir nicht. Oh Gott. Au, au, au. Kommt's hier ab. Ist er wieder in Standby gegangen? Boah, das ist schon richtig übel gerade hier. Was geht denn ab hier? Ne, geben wir Lebenserhaltung-Skill hier. Problem ist, mein Schild da oben muss ich auch wieder aufladen. Was sehe ich hier mal ganz schnell alt aus? Der hat Alarm geschlagen, ne? Das heißt, der schlägt trotzdem Alarm, auch wenn ich da drin stehe. Also, ja, wenn ich das lese. Ah, schon nicht so nice. Ich hab mal keine Zeit hier. Ich geh mal grad zurück, wir werden mich nochmal auf und dann müssen wir schauen. Das ist ja ein bisschen ätzend, dass hier keine Alarm ist, da in dem Raum. Ich hoffe, die anderen sind gleich besser, die anderen Räume. Da hat das Gerät einfach angefangen zu feuern. Äh, da konnte ich runtergehen. Ich geh erstmal dahin, wo es rot ist. Ne, geht's nach unten. Dann gehen wir hier durch die Tür. Ich hoffe, das ist ein Lager. Jetzt hab ich's doch kaputt gemacht. Okay. Äh, Klonarm. Muss schon wieder gehen. Die Kamera kriegt auch jedes Mal die Krise hier, ey. Was ist denn jetzt los? Lass mich gehen. Nichts Experimente mehr hier. So. Okay, wir gehen nochmal zurück. Das ist ja gerade mega ätzend hier. Aufladen. Aufladen. Gehen. Und, 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 und. Schneller, schneller, schneller. Ein bisschen runter, bevor wir erfrieren. Heizung, 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 Heizung. Sofort anmachen. Das ist ja krass, wenn hier wirklich Aliens rauskommen würden aus dem Zeug oder so. So. Echt ekelig. Das hat man mal ein bisschen sauber gemacht. Wahrscheinliches Fassverzeichen. Es folgt. Angereichelter Kohlenstoff 684. Fässer mit Genplasma 9. Entkoppler 122 Kryogenröhren. Besetzt. 71 fehlt. Da ist schon irgendwas, was da auch auf mich ist. Ist da ein Wächter unterwegs? Oder warum werde ich hier schon abgeballert, hm? Auszug aus täglicher Bericht des Fachoffiziers Disziplin. Tatsum mit 1521,2. Händler Isfa. Biologische Kontrolle wurde wegen unsachgemäßer Nutzung einer Kabine inhaftiert. Erstes Vergehen. Strafmaß 6 Tage. Okay. Den ersten Teil haben wir schon. Jetzt geht's weiter nach unten. Ich frage mich, wer den ganzen Tag hier Baller hat. Das gefällt mir ein wenig. Heizung. Heizung. Da hinten in die Ecke. Heizung ist erstmal wichtig. Komme ich nicht lang. Cool. Okay. Huch, das war jetzt aber haarscharf. Alter Verwalter. No. Waffenladung ist aufgebraucht. Die Waffenladung ist aufgebraucht. Habe ich kein Metall mehr? What? Okay. Okay. What? Ach da. Ja, Waffenladung haben wir erstmal wieder ein bisschen am Start noch. Okay. Ich kann ja nicht springen in No Man's Sky. Das geht ja nicht. Da kann ja No Man's Sky nicht springen. Ähm, da komme ich noch hin, ne? Ja. Wie weit geht denn der hier? Aber bis da. Also das kann ich durchgehen. Wo ist hier? Hier ist keine Heizung in der Nähe. Doch da hinten. Er ist eine schöne Sau. Au, au, au. Ich glaube, ich spinne hier. Ich habe schon gefragt, wo die die ganze Welt stecken. Oh Gott. Wo ist der andere? Oh, ungünstig. Hier ist keiner. Hier ist nur ein Schrank. Junge, Junge, Junge. Das wird aber schon ein bisschen kriminell gerade jetzt hier, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich kann die Dinger leider nicht auseinandernehmen, weil die so hart sind. Das war präziser. Mit dem anderen kann ich natürlich mehr raushauen. Das Problem in der ganzen Geschichte ist, dann treffe ich die hier. Und wenn ich die treffe, die werden richtig böse. Die meinen mal hier ein bisschen das Zeug noch weg. So. Jetzt halte ich mich jetzt wieder ein bisschen. Okay. Ich höre da noch irgendwas da vorne. Da ist noch wer unterwegs da drüben. Bis hier lang. Noch mehr Specimen. Oh, Caramba. Schnell zurück. Jetzt müssen wir erstmal heilen wieder. Das ist beschädigt. Das reparieren wir gleich. Okay. Die Kamera kriegt schon wieder die Krise hier, natürlich. Ai, 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 ai. Okay. Haben wir da drüben alles wegrasiert? Ich höre hier irgendein Geräusch. Ich kann es aber nicht zuordnen. Da liegt noch was zum Lesen, ne? Kann ich den Geschützturm da wegballern? Das würde mich mal interessieren. Sollen wir es mal ausprobieren? Aber dann könntest du mich zerreißen. Au. Oh, wir haben ihn kaputt gekriegt. Ist jetzt Ruhe? Jetzt scheint Ruhe zu sein. Man kann ihn kaputt machen, aber nur, wenn du wirklich geschützt stehst. Sonst ist das zu gefährlich. Zumindest ein Permadeath, weil der hat mir doch ganz schön was wegrasiert hier. Okay, wir sind bescheid. Du kannst es tatsächlich kaputt machen. Aber die Gänge sind halt nicht ohne. Ich lad mich nochmal kurz ein bisschen auf. Ich denke, wir werden auch noch ein paar Pusteln, die nehmen wir noch mit hier. Ein bisschen Soma-Staub in dem. Okay, dann hauen wir ab. Noch eine Etage tiefer, na toll. Genau, sieben von zehn, okay. Das heißt, das werden wir nicht ganz schaffen. Ich würde sagen, die letzten drei Räume machen wir dann in der nächsten Episode. Ich bin gespannt, aber vorher suchen wir noch kurz eine Heizung. Bitte eine Heizung. Achso, eine in der Nähe. So. Okay, dann würde ich sagen, wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.